Hallo und herzlich willkommen hier auf 4WheelTravel. Mein Name ist Thorsten Ludwig und heute möchte ich euch etwas sagen über die Mautbox von der DKV bzw. der ADAC Mautbox, die ich mir gekauft habe und die Kommunikation mit DKV. Bleibt dran! Ja, zunächst mal der Unterschied, das ist hier die Trümmerbox von ADAC DKV. Das ist die kleine Mautbox von den Österreichern und ja, ist natürlich ein Riesenunterschied, wie man merkt. Okay, jetzt kann man natürlich sagen, die ist auch für mehrere Länder, also muss sie größer sein und die hier ist nur für ein Land, aber ja, so ist es nun mal. Die ist für Österreich und die ist für die verschiedenen Ländern, für Deutschland, für Österreich, für Italien, für Belgien, für Frankreich, für einige Tunnels. Ich blende euch mal ein, die einzelnen Länder und auch die Webseite, auf der das alles beschrieben steht bzw. wenn ihr ADAC Mautbox eingebt, dann ist das also alles wunderbar beschrieben. Soweit, so gut! Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe auf der entsprechenden Webseite mich angemeldet für die Box, kostet ja 99 Euro im Jahr und habe meine Fahrzeugschein-Daten hochgeladen. Da bekam ich eine E-Mail einige Tage später, die Fahrzeugschein-Daten konnte nicht gelesen werden, sie sind nicht vollständig, sie sind, was haben sie noch für Möglichkeiten aufgeschrieben, sie, das PDF ist abgeschnitten, also es war nicht leserlich genug und 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 und. Jetzt muss ich dazu sagen, seit 2017 sind wir papierloses Büro, also bei uns ist alles digitalisiert und natürlich auch der Fahrzeugschein von unserem Adria und natürlich waren alle die Fehlermöglichkeiten, die mir DKV angegeben hat, als, ja wie gesagt, als Möglichkeit, die waren natürlich alle nicht korrekt. Und ich solle doch die Daten per E-Mail nochmal hochladen, habe ich dann gemacht. Ich habe auch mit einem Freund gesprochen, der hat gesagt, ich bin doch nicht bescheuert und schicke einfach ein E-Mail nur mit meinen Daten hoch. Das ist natürlich etwas unglücklich und entspricht sicherlich auch nicht dem heutigen Datenschutz. Ich habe meine Daten dennoch seinerzeit nochmal per E-Mail dann hochgeschickt mit der Information, ich schicke euch exakt die gleichen Daten, wie ich sie euch über euer System hochgeschickt habe, noch einmal, hochgeladen habe, noch einmal. Dann bekam ich die Bestellbestätigung, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Bestellung der DKV Box Europe, Ihre Bestellnummer 203 bla 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 bla, wurde durch DKV angelegt. Es gibt übrigens im Gegensatz zur Mautbox, zur Go-Mautbox, die man hat von den Österreichern, gibt es kein Portal, auf das man sich einfach einloggen kann, dass man also ein eigenes Kundenkonto hat und dort alle Dinge hinterlegt sind. Zum Beispiel auch, dass man die Fahrten nachprüfen kann und so weiter und so weiter. Dann kam ein E-Mail einen Tag später, das ging los mit Dear Sir oder Madam. Please find a touch and overview where you can see which DKV Box Europe belongs to which of your vehicles. Und dann war eine Excel-Tabelle dabei, also eine sich selbst entpackende Datei. Und das ist natürlich überhaupt nicht state of the art im 21. Jahrhundert. Man schickt keine Excel-Tabellen an irgendjemanden, den man nicht kennt. Also ich mache das zumindest so und ich öffne auch diese Excel-Dateien nicht. Kann ich euch auch nur empfehlen, wir bekommen so viel Spam und da sind wir natürlich sehr vorsichtig. Und Dear Sir oder Madam. Also ich meine, das sieht sowas von nach Spam aus. Das ist einfach eine Sache, sowas macht man nicht. Also dann gab es wieder eine E-Mail-Adresse. Asfinac Vehicle Declaration, komme ich gleich nochmal, for not unterstrich set. Da heißt es dann so schön auf Englisch diesmal, Attached, you will find the vehicle declaration for the vehicle with license plate, Anführungsstriche, not unterstrich set, Anführungsstriche, Punkt. Die Seriennummer unserer OBU, OBU ist das hier, wurde dann noch genannt. Aber dadurch, dass ich die noch nicht hatte, konnte ich natürlich auch nichts kontrollieren. Ja, das ist natürlich schon fein. Dann kam eine weitere E-Mail und diese weitere E-Mail, die war dann nur zwei, drei Sätze und dann war eine ZIP-Datei da dran. Ja, also das war alles sehr, sehr, ich würde mal fast sagen, unseriös. So schreibt man heute keine E-Mails mehr. Daraufhin habe ich angerufen, oft an der Telefonnummer, 0800er Telefonnummer, die auf der E-Mail zu sehen war. Ja, und dann hieß es, tut mir leid, es ist nach 17 Uhr, Sie sind hier bei der Notaufnahme, ich kann Ihnen nicht helfen. Ja, dann gut, prima, ist halt so. Natürlich hängt man erstmal eine Zeit lang in der Warteschleife, geht ja nicht sofort jemand ans Telefon. Habe ja auch Verständnis dafür, wenn die bereits am See liegen, okay. Dann habe ich am nächsten Tag angerufen, um 11 Uhr morgens, da kam wieder die Ansage, wir sind nicht da, aber möchten Sie den Service nutzen und dass wir Sie zurückrufen. Ich dachte, das ist eine tolle Idee, das macht doch mal. Dann habe ich diesen Service genutzt. Ich bekam dann nach, ich weiß nicht, x Minuten, irgendwann, vielleicht war es eine halbe, dreiviertel Stunde später, was ganz normal ist, einen Anruf. Musste dann aber nochmal fünf Minuten in der Warteschleife hängen, um dann festzustellen, ich bin wieder beim Notruf rausgekommen und nicht beim Kundensupport und man kann mir wieder nicht helfen. Okay, dann habe ich mich wirklich bitterlich beschwert, weil erstens solche E-Mails verschickt man nicht, zweitens, sowas finde ich gar nicht gut. Wir leben im 21. Jahrhundert. Wie kann man da so eine computergesteuerte Telefonanlage haben, die sowas von schlecht ist, mich dann anruft, um dann mich nochmal ein paar Minuten in der Warteschleife hängen zu lassen. Das geht überhaupt nicht. Dann habe ich mich so beschwert und gesagt, ich möchte jemanden sprechen, der was zu sagen hat. Prompt kam am nächsten Tag ein Anruf und das muss ich sagen, DKV, das finde ich jetzt wieder gut. Am nächsten Tag kam ein Anruf vom Kundensupport oder vom Leiter des Kundensupports, weiß ich nicht genau. Der war sehr höflich, sehr freundlich, habe ihm mein Leid geschildert und er gesagt, ja, kann er verstehen, das Problem ist, die DKV ist überhaupt nicht ausgestattet, mit Endverbrauchern zu arbeiten. Die arbeiten nämlich nur mit ihren Firmen, die sie haben, die irgendwelche Flotten haben und denen schicken sie dann natürlich rauf und runter irgendwelche Excel-Tabellen oder ZIP-Dateien. Die ZIP-Datei waren, ich weiß nicht, knapp über 100 Kilobyte, also man hätte das auch direkt schicken können als PDF. Außerdem gibt es heute Möglichkeiten, einen PDF auch unter 100 Kilobyte zu komprimieren, bevor man es verschickt. Aber okay, ich will den Leuten nicht sagen, wie sie ihre E-Mail zu schicken haben. Nur das finde ich natürlich schlimm, dann auch noch eine ZIP-Datei zu schicken. Aber er hat gesagt, er will sich darum kümmern, das kann er verstehen. Was ich wiederum nicht verstehe, ist, dass man nicht mit dem ADAC zum Beispiel dort kooperiert. Man hat ja ein ADAC-Konto oder könnte man hier die ganzen Sachen hinterlegen. Vielleicht kommt das noch. Schauen wir mal. Und ich hoffe, dass wir mit dieser Mautbox hier glücklich werden. Wie gesagt, es ist ein ganz schöner Trümmer. Diese Dinger hier haben zumindest bei uns nicht geklebt. Deswegen werde ich das einfach bei uns hier rumlegen. Wir waren kürzlich mal in Österreich, noch nicht auf der Autobahn, aber auf der Landstraße. Da haben wir gesehen, dass das Ganze aktiviert ist. Wenn es nicht aktiviert ist, steht hier Service nicht aktiviert oder freigeschaltet. Dann blinkt es hier ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob man ja. Ich glaube, man sieht es. Dann blinkt es ein bisschen. Und wenn man sobald das GPS, muss natürlich GPS Empfang haben, die Box erkennt, dann ist es auch grün gewesen. Es erschien unser Kennzeichen, die Anzahl der Achsen. Ich glaube, das Länge, die Länge des Autos und so weiter. Also das ist hier vorne in diesem Display dann nachher alles zu sehen. Und jetzt werden wir uns in Bälde aufmachen durch Österreich und durch Italien, um dann zu sehen, ob diese Mautbox funktioniert. Ne, wir machen das nicht, um zu sehen, ob die Mautbox funktioniert, sondern wir werden dann sehen, ob die Mautbox funktioniert. Ich bin aber zuversichtlich. Dann kam noch eine E-Mail übrigens, vielleicht auch nicht ganz schlecht zu wissen, und zwar von der DKV über Asfinac. Also unsere österreichischen Freunde haben da wieder eine Sonderregelung. Und zwar muss man ein Papier mit sich führen, eine Declaration für diese Mautbox. Die muss man als Fahrzeugführer, als Fahrzeuglenker mit sich führen. Also nochmal wieder Papier ausdrucken und vorne ins Handschuhfach legen. Nicht vergessen. Soweit also zu diesem Trümmer hier. Ich hoffe, wir haben die richtige Entscheidung gefällt. Wenn ihr noch irgendwelche Informationen habt, die für uns alle wichtig sind hier aus dieser Community, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Der eine oder andere hat sicherlich schon Erfahrungen mit dieser Box sammeln können. Dann bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus, ciao. So, da leuchtet alles grün. Und Sesam öffne dich. Jawohl, vielen Dank.